Herzlich Willkommen! Die schwersten Trainings. Die Trainings sind am Anfang immer so hart. Wirklich, sie werden meistens die besten. Damn! Hey F***! Wir können mit mir schauen, es ist safe. Es ist safe. Sharks start turning aggressive when they are running out of food. That's why they get close to the beach and attack people, that's it. Ich hoffe wir werden Haie sehen beim Schnorkeln. Delfine, Wale. Also GoPro ist auf jeden Fall am Start. Wir werden morgen mit Andi gehen. Andi wird der Typ sein. Nice Andi! Martin! Tomorrow is yours. Das erste Mal auf Schnorkeln war ich mit 13 Jahren in Ägypten, am Roten Meer. Ja! Judas im Chin. So richtig erkältet. Hi Baby! Hi! Good morning brother! Achtenbach? Ja logisch! Check mal die Lippelstiche ab. Die bluten richtig. 5 oder 6, try this one. Oh, I need 40 maybe. Yeah! Yeah, this is good for me. That's good for you? Das ist ein Pflücker. Das ist unser Boot. Darüber bringen wir jetzt den ganzen Tag. It's never true. Bist du schon mal Schnorren gegangen? Schnorren? Einmal mit Delfinen. Mit Delfinen? Oh, mit Delfinen will ich auch gerne. Hier haben wir den Hafen von Papagayo. Der ist 8 Jahre alt. Und ihr seht, dass sehr viele Anlegerplätze noch frei sind. Weil Costa Rica erwartet einfach in den nächsten 10 bis 20 Jahren extrem viel Tourismus. Es ist Hauptsaison. Und alle Hotels sind ausgebucht. Und trotzdem ist es hier noch komplett fast leer. Schön! Hey Baby! Die ist so schön! Ein kleiner Hai. Sieht wirklich aus wie ein Affenkopf. Was ist Everybody? Schön hier, nehm? Mega schön! Wow! Wir sind nicht zu groß. Gestern sahen wir einen, wie vor diesem Zeitpunkt. Oh Gott, wie ihr guckt. Das guckt ja so blöd. Du guckst ja auf den Vogel. Ja, ganz süß, ganz süß. Der Vogel sagt sich, was wollt ihr eigentlich von mir? Ein Vogel am Surfen auf. Eine Schildkröte. Das habe ich auch noch nie gesehen. Oh, shit, ein Kugelfisch. Oh, schön. Ist er tot? Er ist tot. Er ist tot. Er ist tot. Er ist tot. Er ist tot! Er ist tot? Nein! Zehmt ihn doch! Er ist tot! So I keep shutting your eyes And I said no way, no way, no how Try to never make promises I ain't breaking no foul Sometimes I get jealous Hatred in my heart, in my soul Make it quickly, make it relax Bye-bye I'm so burnt My whole body is red If you're four hours after the boat I'm not stuck Get up, my children Get up Is it hot? Yeah Bro, scheiss auf Training Lass uns in Buffalo Monkey gehen Nach Tamarindo Der ist schon viel zu viele Kalorien verbrannt Definitiv Ja, lass dir was geben Heute ist ein hartes Training Wir haben alle Kopfschmerzen Die Sonne hat uns müde gemacht Was macht man in so einem Fall, Bro? Fitten Was immer In so einem Fall Wenn es das beste Training Gehst du einfach Du musst einfach nur gehen Und wenn du gegangen bist Und drin bist Dann bist du drin Here we are Wir sind froh, dass wir ein Gym überhaupt gefunden haben Dass es überhaupt eines gibt Hier mit Pool Da werden gerade neue Sachen gemacht Nice Yes, that's it Wenn die GK macht Wenn ihr seid am Arsch Dann macht ihr einfach die schwerste Übung am Anfang Dann ist das andere nur noch ein Kinderspiel So, Franz geht's durch Wie ich schon gesagt habe Der Rest ist nur noch ein Kinderspiel Als nächste Übung Lutern Races Eine richtig geile Übung Und wer genaue Trainingspläne will Zum GK Oder auch zum Unterkörper Oberkörperplan Und das ernst meint Dem empfehle ich Wie schon immer gesagt Das Muskelpedia Link unten in der Beschreibung Das Fitnessprogramm von Sepp Beste Fitnessprogramm Im ganz deutschsprachigen Raum Auf wissenschaftlicher Basis Ist alles drin Wer sich Wissen aneignen will Und Gas geben will Und das ernst meint Unten Klicken Und das Muskelpedia abchecken So, zweite Übung jetzt Ja Yeah, Julia Am Sumos machen Richtig geile Übung Mache ich heute auch noch Ist die letzte Übung Bevor ich nachher Zum Oberkörper rübergehe Die schwersten Trainings Die Trainings Die am Anfang immer so hart Wirklich Es werden meistens die Besten Wenn es einfach mal hart durchzieht Papaya Ja, ja, das ist Papaya Papaya am Darm Du, äh Schatz, wir können da mit Mischa fahren Es ist safe, wenn er fährt Ja, wir sind so viel gefahren jetzt Es ist ja schon wieder voll in Übung Es geht also Ich habe immer noch ein bisschen mehr mit den Straßen hier, Bro Ja, das glaube ich hier Schlaglöcher Schlaglöcher Lifestyle Bias Oh, da warst du am Auge Schau mal, da warst du am Auge Krass Ein Auge ist Ein Auge ist Ist das anders? Ja, ja Das ist so Das ist so Das ist so Meinst du? Ja, das gibt es schon Meine Freunde, schreist unten in die Kommentare Gibt das Hey, ich bin Robi im Krebs, gell? Ja Kleine Lobster Lobster Was brauchst du mit dem? Obst, ist klar Obst, ist klar Obst, ist klar Ja Ja Nice Babys haben wir Wir sind so flexibel Wow Oder wieder Hier, Baby? Mega Wir sind hier Wir sind hier ausgesprochen Letzter Abschnitt von unserer Reise Sepp ist schon da Wir haben hier ein Apartment Gemittet Er sagt Es sei richtig nice Wir lassen uns überraschen Wir haben den real Kaffee hier Den real Kaffee Das ist der richtige harte Shit Schau mal Der wird da gemacht Ganz frisch Und da ist das Kaffee Also frischer Frischer gehts nicht Nice Kaffee, brother Ura 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 Oh, schön Billiartisch Ey Gut reingehastelt hier, he? Ja, mega schön Sehr gut reingehastelt Die Aussicht ist ja hart Mega ins Wellen Wow Wow Ja, Baby, das ist eine geile Aussicht, he? Schau mal, hier kann man auch wieder gut surfen Weil die Wellen sind perfekt fürs Surfen Darum ist auch Hackersurfparadies Du bist organisiert, oder? Also nichts kaputt machen Ja, aber Sie haben eine Kreditkarte Die Auge Die Auge Le Fleur Herkobitsch! Nice! Wir geniessen den Sonnenuntergang Wunderschön! Weiss! Wohohohohohohohohoth Wer hat den Reifen hier zu beachten? Ich muss hier nicht hoffen, weil die Wellen sind richtig stark hier! Komm mal! Ja! Damn! Bro! Oh, shit! Oh, nice! Ich muss jetzt noch mal raus, ganz groß in den Elischa. Elischa, wie schon? Fast auch! Ja, fast auch! Ready, Bro? Oh, yes! Oh, yes! Komm schon, wir gehen jetzt rein, bis die Öste wiederkommen! Let's do it! Hey, hey! Wie war's? Es ist wie eine Badewanne! Guck dir mal meinen Rücken bitte an! Zeig! Ich bin auf dem Stahl und dachte, holst du mal was? Nee, du bist einfach ein bisschen grob, schau mal, wie ich auch! Ohne Scheiß, als ich hier saß, sah es gar nicht so hoch aus jetzt! Ja! Aber ich hab mir den Kündig stand! Aha! Ja, ja! Hey, Müsli Gangsters! Lass uns den Billi abwachen! Die ist ein bisschen stark hier, aber! Ja, das Müsli Gang ist mega stark! Hier haben wir die Müsli Gang, Müsli Gang, und da haben wir den Cookie Master! Das kümeln wir euch an! Nam, 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 nam! Cookie, nam, nam, nam! Public Service Announcement! Five Granollas a day brings the Games back as of today! Oh, shit! Viel Granolle essen! Gut aufbauen! Gut aufbauen! Muss ich wegreifeln? Ja! Qua!